Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, dem Alpcast Nummer 15, dem Podcast für Bergsteigerinnen und Bergsteiger. Heute sprechen wir über das Thema Risiko und Risikobereitschaft. Ich finde, das ist ein ganz, ganz großartiges, spannendes Thema, denn da kann man sich wirklich stundenlang theoretisch hineinfuchsen und philosophieren und diskutieren. Und deswegen gleich zu Beginn auch wieder der Appell an euch, habt ihr eine andere Meinung oder habt ihr eine Meinung dazu, ganz allgemein gesprochen, dann schreibt es mir gerne an kontakt.alpenacademy.at oder in die YouTube-Kommentare. Ich freue mich immer wieder über euer Feedback und vor allen Dingen über eure Meinung. Angeregte Diskussionen, das ist das, was mir hier am besten gefällt bei der Podcast-Sparte auf jeden Fall. Risikobereitschaft, das ist natürlich ein Thema, das uns auch hier in den Alpen und nicht nur am Everest beschäftigen muss und generell auch eigentlich im ganzen Leben so ein bisschen eine Lebensphilosophie ist, die einen etwas begleitet. Wie bereit sind wir denn, Risiken einzugehen für Ziele, für gewisse Projekte, die wir vorhaben? Egal, ob das jetzt am Berg ist oder ob wir dafür irgendwo in einem beruflichen Projekt drinnen stecken oder in einem privaten Projekt. Da gibt es ja immer wieder verschiedene Situationen, in denen wir abwägen müssen, ob wir Risiko eingehen und wie viel Risiko wir eingehen möchten und ob wir das nicht dann doch letztlich immer sicher spielen. Und im Zuge dieser Thematik habe ich mir gedacht, ich würde euch gerne mal fragen und da freut es mich immer, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt, beziehungsweise auch gerne per Mail. Ja, wie viel Risiko ihr denn eigentlich so eingeht, wenn ihr in den Bergen unterwegs seid? Ob ihr mehr so der Fraktion, das geht schon, wird schon passen, angehört oder ob ihr mehr der Fraktion lieber einmal mehr umdrehen als einmal mehr abstürzen? Das sind ja manchmal natürlich fließende Übergänge, aber es gibt ja doch eher so die vorsichtigen Menschen, klar und die, die eher bereit sind, mehr Risiko einzugehen. Und wer mehr Risiko eingeht, der ist natürlich auch nicht davor gefeit, dass er mal einen Unfall hat und im Zweifelsfall dabei auch tödlich verunglückt. Und das ist natürlich etwas, das bei manchen Menschen einfach viel omnipräsenter im Vordergrund steht und nicht so im Unbewussten herumschlummert. Und bei manchen ist das tatsächlich aber einfach eine Sache, bei der sie gar nicht drüber nachdenken würden, auch nicht in der Situation selbst, sondern dann sich erst im Nachhinein denken, ja, war ja schon irgendwie riskant, aber ist ja gut ausgegangen. Insofern, naja. Also manche Leute haben da ein besseres Bewusstsein, vor allen Dingen ein aktiveres Bewusstsein für diesen Faktor Risiko. Und das ist etwas, das begleitet einen durchs ganze Leben. Und interessanterweise sind manche Menschen, die im Beruflichen sehr riskante Schachzüge vornehmen, manchmal am Berg tatsächlich nicht die riskanten, sondern mehr die sicheren. Ich glaube nämlich, dass Risikobereitschaft auch oft mit Erfahrung zusammenhängt und mit dem Gedanken zusammenhängt, wie viel kann ich mir denn und meinem eigenen Können tatsächlich zutrauen und so verändert sich die Risikobereitschaft wahrscheinlich auch ein wenig. Aber Risikobereitschaft, das ist natürlich Erfahrungssache und gerade wenn es um das Leben geht, da wird man eher vorsichtiger und zurückhaltender, als wenn es jetzt einfach, keine Ahnung, um die Entscheidung geht, nämlich Latte Macchiato oder Cappuccino. Und insofern, Risiko ist also etwas, was vielleicht, oder die Risikobereitschaft ist etwas, was vor allem bedeutet, Situationen und Gefahren einschätzen können und daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Und das Situationen einschätzen, das ist natürlich auch wieder Erfahrungssache. Und so schließt sich natürlich dann der Kreis, dass je erfahrener man ist, desto leichter lässt sich eine Situation einschätzen, desto weniger Risiko gehen wir tatsächlich in der Situation auch ein. Denn wenn wir eine Situation korrekt einschätzen können, dann können wir das Risiko besser bemessen und gehen damit ein bemessbares oder ein messbares Risiko ein und können dadurch natürlich viel leichter für uns abwägen, ob wir bereit sind, dieses Risiko einzugehen oder nicht, als wenn wir diese diffusen Situationen haben, bei denen wir nicht ganz wissen, Ja, wie geht das jetzt tatsächlich aus? Muss ich da jetzt damit rechnen, dass mir ein Stein ausbricht, dass mir von oben eine Lawine kommt oder sonst was? Also diese Situationen, die brauchen natürlich Erfahrung, um korrekt eingeschätzt zu werden und dann kann man natürlich auch viel selbst sicherer vorgehen. Risikobereitschaft, das finden wir aber immer im Bergsport, egal ob wir jetzt erfahren sind und dementsprechend kompetent oder unerfahren und dementsprechend noch in einer Lernzeit, in einer Lernerfahrung uns befinden. Risikobereitschaft gibt es also immer. Das können wir definitiv festhalten. Das ist Fakt. Und diese Erfahrung, die wir nun brauchen, um riskante Situationen korrekt oder falsch einschätzen zu können oder im Zweifelsfall eben nicht, die kann man nicht wirklich lernen. Diese Erfahrung, das ist nichts, das man in einem Grundlagenkurs vermitteln könnte. Es ist auch nichts, was man in einem Kurs, in einem tatsächlichen Kurs mit Leuten, mit anderen Teilnehmern, mit einem Lehrer lernen könnte. Also selbst wenn man einen Kletterkurs oder einen Hochtourenkurs macht, dann kann man das Erfahrungs... Man kann natürlich ein paar Parameter im Vorhinein den Menschen mitgeben. Also man kann sagen, ja, wenn das und das, wenn ihr das seht, dann ist das ein Zeichen dafür, dass zum Beispiel eine Lawine abgehen könnte oder dass Steinschlag ein Problem sein könnte und so weiter. Aber das sind ja nur Fakten, die wir nicht auf jede Situation umlegen können und vor allen Dingen, wenn wir sie nicht bildlich vor uns haben und die Situation, wir uns nicht wirklich ganz klar in dieser Situation befinden, dann können wir natürlich auch schlechter das Ganze dann auf andere Situationen projizieren, wenn wir das lernen. Beziehungsweise projizieren wir dann oftmals vielleicht falsche Gedanken, falsche Erfahrungswerte, weil sie eben keine Erfahrungswerte sind, zumindest nicht unsere, sondern die von anderen Menschen, die dann eben vielleicht viel vergessen haben oder ja ausgelassen haben oder einfach anders interpretiert haben in ihrer Berichterstattung, ihrer Erfahrungen. Insofern, Erfahrung ist etwas, das kann man nicht lernen, es beeinflusst aber die Risikobereitschaft maßgeblich. Denn es gibt so Dinge, wenn man die einmal erlebt hat, dann hat man definitiv das Gefühl, dass einem die Risikobereitschaft, dass sich da was verändert. Wenn ich zum Beispiel sehe, wie Menschen irgendwo vom Blitz getroffen werden, auf einem Klettersteig zum Beispiel, dann ist das natürlich für mich eine Situation, eine Extremsituation, die mich vielleicht überdenken lässt, ob ich bei Unwetter oder bei unsicherem Wetter der Meinung bin, dass man vielleicht das Risiko eines Wetterumbruchs eingehen möchte oder nicht. Denn ich habe gesehen, was quasi auf der anderen Seite auf mich wartet, wenn es denn tatsächlich in die negative, also in die schlechtere Variante des Risikos kippt. Und insofern kann natürlich Erfahrung unsere Risikobereitschaft prägen und ändern. Sie kann sie aber nicht nur zum Negativen ändern, Das ist ganz wichtig, auch zum Positiven. Das sieht man zum Beispiel ganz oft im Klettersport, denn bei dem hat man eher das Gefühl, dass man mit mehr Erfahrung auch bereit ist, mehr unter Anführungszeichen Risiko einzugehen und sich mehr zu trauen. Risiko bedeutet nämlich nicht immer nur objektives Risiko, es bedeutet auch subjektives Risiko. Es bedeutet, dass wir für uns selbst eine eigene kleine Welt in unserem Bewusstsein schaffen, die abwägen möchte, ob wir bereit sind, für uns selbst ein Risiko einzugehen, was vielleicht objektiv betrachtet gar kein Risiko wäre. Falls ihr jetzt nicht so ganz mitkommt, was ich damit meine, ich spreche vor allem vom Klettern zum Beispiel. Da gibt es ein gutes Beispiel, dass jemand beim Sportklettern zum Beispiel nicht stürzen möchte. Die Sturzangst zum Beispiel. Weil er zum Beispiel Angst hat, dass er unten am Boden aufschlägt, obwohl schon mehr als genug Abstand zum Boden herrscht und alle anderen Umstände auch passen würden. Dann ist es für ihn ein gewaltiges, also wirklich ein riesiges Risiko. Es wabert über ihm, wie ein Damoklesschwert, hier zu stürzen. Das darf auf keinen Fall passieren. Das ist eine große Gefahrensituation. Das ist ein enormes Risiko, wenn ich jetzt weiterklettern würde oder wenn ich jetzt stürzen würde oder mich fallen lassen würde. Objektiv gesehen ist es das vielleicht aber gar nicht. Objektiv gesehen ist es vielleicht, ja, ganz egal, wenn man jetzt stürzen würde. Es wird nichts passieren. Es wird niemand zu Schaden kommen, auch man selber nicht. Das wäre alles in Ordnung. Insofern, Risiko ist etwas Subjektives und Objektives zugleich. Das ist ganz spannend. Aber ich finde, man sollte da ein bisschen mehr drüber nachdenken. Befinde ich mich eigentlich gerade in einer objektiv riskanten Situation oder in einer subjektiv riskanten Situation? Ein anderes Beispiel, was mir hier gerade einfällt, wäre zum Beispiel am Großglockner. Da gibt es einen Übergang, einen sehr schmalen Übergang vom Kleinglockner. Das ist quasi der ganze Grad darauf, dieser Gipfelaufbau im Prinzip zum Großglockner rüber. Und das ist ein Risiko, das objektiv betrachtet relativ geringfügig ist, gerade weil man hier viel absichern kann oder könnte, je nachdem, ob man will oder nicht. Aber grundsätzlich die Möglichkeit ist gegeben. Und diese kleine Plattform, auf der man da dann zwischen dem einen und dem anderen Aufschwung steht, die ist sehr schmal und da geht es links und rechts ziemlich weit runter. Nur um jetzt euch da ein kleines Bild davon zu geben. Und grundsätzlich ist es schon so, wenn ich jetzt hier abstürzen würde, dann wäre ich definitiv tot. Da gibt es keine Chance auf irgendeine Rettung. Und wenn ich am Seil hänge, nehme ich im schlimmsten Fall sogar noch meinen Partner mit. In einem ungünstigen Moment. Das objektive Risiko ist aber definitiv sehr, sehr gering. Denn wenn hier jetzt kein großer Stau und Verkehr ist, kann ich da sicher stehen. Also je nach Umstände natürlich. Aber grundsätzlich kann ich, wenn ich jetzt nicht schwer besoffen bin, da relativ solide stehen. Aber das subjektive Risiko, das sagt uns, es ist unglaublich riskant, hier stehen zu bleiben, weil, ja, wir könnten ja umfallen, wir könnten das Gleichgewicht verlieren, es könnte eine Windböe kommen, es könnte jemand von hinten mich anrempeln oder sonst was. Das ist aber grundsätzlich kein objektives Risiko, sondern das sind alles sehr viele kleine Gespenster, die wir uns selber in unserem Bewusstsein aufzeichnen. Ich sage nicht, dass das zu Unrecht passiert, ich sage nur, dass das teilweise einfach subjektive Risikofaktoren sind, die wir uns selber aufbauen quasi. Wir bauen uns sozusagen für manche Situationen unsere eigenen Strohmänner auf und das hindert uns manchmal daran, selber einen Schritt vorwärts zu machen. Ich meine damit nicht, dass man aus den eigenen Ängsten heraus Dinge tun sollte, die man nicht tun will, weil man eben Angst hat. Das möchte ich damit nicht sagen. Ich möchte nur sagen, dass es tatsächlich oftmals eben einfach sich um Faktoren handelt, die wir uns selber aus unserer Erfahrung heraus aufgebaut haben und letztlich nichts, nicht wirklich etwas mit der objektiven Wirklichkeit, sofern es die geben mag, zu tun hat. Das ist genau das Gleiche wie bei mir jetzt in der Situation, die ich gerade beschrieben habe. Jemand wird am Klettersteig vom Blitz erschlagen. Ich verändere meine Wahrnehmung der Wirklichkeit dadurch. Die Objektivität, die es ja insofern eigentlich gar nicht gibt, logischerweise, die verändert jetzt meine Gedankengänge dazu, die lässt mich vorsichtiger werden, ich gehe also weniger Risiko ein. Aber objektiv betrachtet ist das natürlich Blödsinn, denn ich möchte ja immer die gleiche realistische Einschätzung einer Situation haben, aber weil wir nun mal Menschen sind, können wir das eben so nicht machen. Aber es ist ganz praktisch, wenn man das weiß. Warum erzähle ich euch das eigentlich alles? Das hat natürlich einen Grund. Ich habe mir schon was dabei gedacht. Und zwar, wenn wir anfangen, in diesen Situationen, bei denen wir nicht wissen, ja, sollen wir jetzt weitergehen? Sollen wir es probieren? Wenn wir uns in diesen Situationen vielleicht mal überlegen würden, stehen wir hier vor einer objektiven Gefahr? Sehe ich hier ein Gewitter? Sehe ich hier einen potenziellen Steinschlag vor mir? Oder ist es mein Erfahrungsschatz, der meine Ansicht und meine Einschätzung hier jetzt manipuliert? Nicht mal im negativen Sinne, aber sondern einfach ganz neutral formuliert, manipuliert, verändert. Und wenn es das tut, wenn die Situation einfach sehr einer anderen Situation, einer anderen Erfahrung ähnelt, dann können wir uns das schon ins Bewusstsein rufen und sagen, okay, das ist eigentlich aus dem, was ich gelernt habe oder aus dem, was ich bis jetzt so zu 99% meiner Bergtouren erfahren habe, keine gefährliche Situation. Es gab schon mal diese Situation, dass es hier gefährlich wurde, aber so richtig, ja, so richtig gefährlich ist es ehrlicherweise nicht. Das bedeutet natürlich nicht, dass man sich da jetzt dann unbedingt drüber trauen muss und es bedeutet auch nicht, dass man da jetzt, dass man da jetzt durch alle subjektiven, Ängste durchdrücken sollte, durchpushen muss. Es bedeutet in erster Linie erstmal, dass man, dass diese Unterscheidung zwischen einem subjektiv aufgebauten, über die Erfahrung aufgebauten Risiko und einem objektiven Risiko, die ist durchaus gegeben und wenn wir das wissen, können wir manchmal etwas leichter über uns hinaus wachsen. Das macht in erster Linie gar nicht so viel mit der Risikobereitschaft etwas, aber wenn wir uns durch oder wenn wir uns über subjektive oder ich, also eingebildet ist es ja nicht, aber es ist eine manipulierte Sichtweise auf eine Situation, die man nicht so verallgemeinern kann. Also nur, weil irgendwo eine dunkle oder nicht ganz helle Wolke am Himmel steht, heißt das nicht, dass ich heute am Klettersteig vom Blitz erschlagen werde. Wenn ich aber diese Angst immer habe, dann ist das eine subjektive Angst, die aus einer Erfahrung heraus entstanden ist und die beeinflusst meine Risikobereitschaft in dieser Situation maßgeblich, obwohl sie vielleicht zu ganz großen Teilen nicht notwendig wäre. Und ich sage es nochmal, ich möchte hier nicht falsch verstanden werden, es heißt nicht, ihr sollt mir Risiko eingehen, es heißt nur, dass wir oftmals eben Entscheidungen aus Instinkten heraus treffen, die wir vielleicht so vor zwei, drei Jahren oder vor bestimmten Situationen nicht hatten und so können wir natürlich reflektiert lernen, mit gewissen Situationen anders umzugehen, wenn wir wissen, dass es sich dabei um so ein kleines eigenes Kopfspiel handelt. Aber die Differenzierung zwischen einem sehr, sehr riskanten Unterfangen, einem objektiven Risiko und einem subjektiven, einem selbst hergeleiteten Risiko, das ist schwierig und ich möchte euch nicht empfehlen, dass ihr das einfach in den schwierigsten und gefährlichsten Situationen eures Lebens macht, sondern dass ihr trotzdem immer noch eher vorsichtig seid, als dann letztlich abstürzt. Die Alpinunfallstatistik wird es euch definitiv danken und letztlich ist es eine Sache, die man üben kann und eine Sache, bei der es schon reicht, wenn wir uns dieser Tatsache einfach bewusst sind und vielleicht in unseren zukünftigen Touren das so ein bisschen einbauen können. Das Interessante ist, dass Risikobereitschaft Bergsport eigentlich nicht mehr oder weniger gefährlich macht, denn wenn wir es jetzt auf die objektiven Risiken und auf die objektiven Gefahren runter reduzieren würden, könnte man sagen, der Berg ist. Punkt. Der Berg ist nicht gefährlich, der Berg ist nicht groß, nicht klein, der Berg ist erstmal, was er ist. Und wenn wir darauf gehen, dann finden wir Situationen vor, die einschätzbar sind. Es gibt viele Situationen, die nicht einschätzbar sind, definitiv, es gibt oftmals einfach Pech, oftmals ist die Natur uns einfach einen Schritt in der Einschätzung voraus und dann passieren Unglücke, dann passieren teilweise wirklich tragische Katastrophen. Aber oftmals können wir die Situationen eben einschätzen, wenn wir entsprechende Fähigkeiten haben. Insofern ist der Berg per se nicht gefährlich. Und es gibt diesen tollen Satz vom Extrembergsteiger, er ist mittlerweile verstorben, aber von dem Extrembergsteiger Ueli Steck, der gesagt hat, Berge sind nie gefährlicher, der eine Berg ist nie gefährlicher als der andere, denn wenn ich alles richtig mache, dann komme ich von jedem Berg lebend herunter. Und ich finde, dieser Satz ist natürlich erstmal kritisch zu betrachten, denn man muss dazu sagen, eine Wanderung, auf der ich, auf der quasi eine Straße bis zum Gipfel hoch geht, wo ich theoretisch vielleicht sogar mit dem Auto fahren könnte, ist natürlich objektiv gesehen nicht schwieriger als der Stüdelgrad am Großglockner oder die Besteigung des Mount Everest. Diese Berge kann man eben alle nicht gleichsetzen. Aber der Sinn hinter diesem Satz ist eigentlich ein ganz anderer. Wenn ich in der Lage bin, Risiken richtig einzuschätzen und meine Fähigkeiten in einer Relation zu den Risiken und zu den vor allen Dingen zu den Schwierigkeiten vor mir zu setzen, dann minimiere ich ein Verletzungsrisiko definitiv. Und in Wirklichkeit sind, wenn man dann, wenn man das gemacht hat, die Fähigkeiten, die Schwierigkeiten und das Risiko, alle miteinander abzuwägen, zu vergleichen und zu schauen, ob das alles miteinander in einer gewissen Symbiose funktionieren könnte, dann ist eigentlich nur noch die Konsequenz eine andere, wenn tatsächlich etwas passieren sollte. Es ändert sich sonst nichts, weil bei einer Wanderung, da könnte ich mir den Knöchel brechen oder wenn ich blöd falle, die Schulter, aber theoretisch könnte ich auch nach hinten rumfallen und mir den Kopf brechen. Und wenn ich auf einem ungünstigen Hügel, sei es noch so ein einfacher Berg, eine Schädelfraktur habe, dann kann das im blödesten Fall auch mein Ende sein. Und am anderen, am Everest, stürze ich eben in die Tiefe und am Stühlegrad, da stürze ich ebenfalls in die Tiefe. Insofern, die Konsequenz ist dann vielleicht eine andere, aber wir müssen theoretisch, theoretisch immer gleich vorgehen bei jedem Berg. Wir müssen diese Symbiose aus Fähigkeiten, aus Risikobewertung und aus den Schwierigkeiten finden. Und wenn das funktioniert, dann minimieren wir das Risiko einer ungeplanten Situation, sei sie nun das Tödliche verunglücken oder einfach nur das Verletzen, definitiv auf ein Minimum, sodass wir dann deutlich entspannter und leichter in den Bergen unterwegs sind, wenn wir uns bei jedem Berg diese Frage stellen und dementsprechend uns auch bewusst werden, dass Bergsteigen eigentlich immer gleich gefährlich ist und dementsprechend macht eine Risikobereitschaft generell per se, dass Bergsteigen und die Berge nicht gefährlicher, sondern wenn sie in Einklang mit Gefahren und mit Schwierigkeiten und mit den eigenen Fähigkeiten steht, dann ist der Berg immer gleich. Der Berg ist immer der gleiche. Den Bergsport macht die Risikobereitschaft grundsätzlich nicht gefährlicher. Es gibt Berge, bei denen kann öfter mal was passieren, weil sie zum Beispiel vielleicht besonders exponiert sind, weil sie vielleicht irgendwie besonders brüchig sind. Es gibt zum Beispiel einen Berg hier in Tirol, das Zuckerhüttel. Dieser Berg ist mittlerweile gefürchtet, weil der Steinschlag am Berg immens geworden ist. Und das ist eine Naturgewalt, die kann ich per se nicht einschätzen und dies kann jederzeit passieren und ich habe das zuletzt in der Region ebenfalls beobachtet, wie vom Zuckerhüttel einfach mal ein paar Tonnen Steinmaterial abgehen und das sind brutale Lawinen und da überlebt nichts, was drunter steht. Insofern, das ist aber eben ein Teil der Gefahren und die muss ich eben in diese Symbiose mit einberechnen und wenn ich dann auf das richtige Ergebnis der Rechnung komme, dann merke ich natürlich auch, dass ich auf diesem Berg vielleicht zu dieser Zeit jetzt gerade wirklich nichts verloren habe und insofern, da kommt dann eben wieder zusammen, dass die Risikobereitschaft macht den Bergsport per se nicht gefährlicher. Die Berge sind manche, sind gefährlicher als andere. Wir sollten aber immer das gleiche Risiko theoretisch eingehen, denn Risiko ist ja, wie gesagt, eine sehr subjektive Geschichte, oftmals zumindest und gerade im subjektiven Bereich könnten wir doch einfach sagen, wir haben ein Limit, zu dem gehen wir und dann drehen wir definitiv immer um und meiner Meinung nach ist die beste Risikobereitschaft, die, wenn man immer umdreht, wenn man selbst definitiv das Gefühl hat, dass man weder die objektiven Gefahren noch einschätzen und oder kontrollieren kann und auch die subjektiven Gefahren, die eigenen Fähigkeiten quasi, denn fehlende Fähigkeiten werden zu einer subjektiven Gefahr, aber auch zu einer objektiven, sowohl als auch und wenn man irgendwas davon nicht mehr unter Kontrolle hat und nicht mehr einschätzen kann, dann ist es Zeit umzudrehen und dann funktioniert das sowohl auf dem einfachen Wiesenhügel vor der Haustür als auch am Montblanc. Das sind nämlich immer die gleichen Fragen, die ich mir hier stelle, nur die Umstände sind dann andere. Die Frage ist immer, kann ich die Situation richtig einschätzen, ja oder nein? Kann ich mit der Gefahr eines Gletscherbruchs gerade umgehen, ja oder nein? Wie wahrscheinlich ist es nach meiner besten Erfahrung und meinen besten Fähigkeiten und Kenntnissen, dass hier eine Lawine abgeht? Sehr wahrscheinlich, okay, ich drehe um, unwahrscheinlich, okay, ich gehe weiter. Also grundsätzlich, das funktioniert auf jedem Berg und deshalb ist es dann vollkommen egal, auf welchen Berg ich gehe, mit dieser Einschätzung, um die Risikobereitschaft bewerten zu können, um dann eben eine entsprechende Handlung vornehmen zu können, das funktioniert auf jedem Berg gleich und deswegen gibt es auch Bergsteiger, die mit der gleichen Vorbereitung auf einen einfachen Berg gehen, wie sie auf einen schwierigen Berg gehen, mit der gleichen mentalen Vorbereitung. Denn die Voraussetzungen für eine Umkehr, die Voraussetzungen für einen Abbruch einer Natur sind bei vielen guten Alpinisten immer die gleichen. Und jetzt ist natürlich interessant, was spielt Glück für eine Rolle? In dieser ganzen Thematik gibt es denn am Berg Glück? Und ich habe es gerade vorher schon angesprochen, es gibt zumindest definitiv Pech. Denn wie gesagt, viele Naturschauspiele können wir selbst fast nicht erahnen. Also und selbst wenn wir sie erahnen können, wir können ihnen oftmals nichts entgegenwirken. Also ich denke da zum Beispiel an Erdbeben. Wir wissen teilweise lange vorher, wenn ein Erdbeben kommt, aber was sollen wir dagegen machen? Und genauso ist es eigentlich mit den Gefahren im Gebirge. Selbst wenn wir wüssten, dass etwas käme, wir können es in dieser Situation definitiv nicht mehr ändern, wenn es bin, dass ich zum Beispiel sehe, da oben geht eine Lawine ab, dann brauche ich verdammt viel Glück, damit ich diese Extremsituation überlebe. Wenn ich in einer felsigen Steilflanke stehe und plötzlich löst sehr weit oben ein Steinbock Geröll aus, dann ist das definitiv Pech und dann muss ich Glück haben, dass ich das Ganze überlebe. Ich kann natürlich meine Umstände noch etwas verbessern, indem ich mich vielleicht in Sicherheit bringe oder eben nicht. Aber wenn die Situation mal passiert und ich ihr ausgeliefert bin, vollständig ausgeliefert bin, dann geht es natürlich um Glück. Und es gibt auch physikalisch gesehen so etwas wie Zufall und Glück. Es gibt die Chaos Theorie, die auch bestimmt, dass einfach vieles so nicht berechnet und gemessen werden kann. Und so ist es im Prinzip in jeder Extremsituation am Berg. Deswegen wir sollten auch oftmals verunglückte Menschen am Berg nicht immer gleich in die Schublade Fehler gemacht stecken, sondern oftmals fehlt einfach Glück. Und ich glaube ehrlicherweise, dass wir Menschen in den Bergen trotzdem viel öfter Glück haben, als wir Pech haben. Also wie oft mir schon irgendwo ein Stein weggebrochen ist unterm Fuß, der absolut solide ausgesehen hat und ich mich nur mit Glück irgendwo halten konnte. Das ist mir viel öfter passiert, als dass er mich erschlagen hat und mich ins Tal getragen hat oder so ähnlich. Also diese ich glaube wir unterschätzen wie oft wir eigentlich Glück haben und ganz katastrophal finde ich es dann wenn mir Leute erklären dass sie kein Glück haben sondern dass das können ist weil da denke ich mir immer oder du bist ein ekelhafter Narzisst aber definitiv ist das was du hier machst Glück und da rede ich zum Beispiel auch von Leuten die innerhalb von zwei Stunden über die Watzmann Überschreitungen laufen da sind oft glückliche Momente dabei die natürlich minimiert werden die Chance dass man Pech hat wird immer geringer je erfahrener und kompetenter man ist aber je mehr Risiko wir eingehen je mehr wir uns in eine Ebene und in eine Welt begeben die wir eben nicht mehr zu 100% kontrollieren können und immer wenn wir schneller werden und sehr schnell werden verlieren wir viele kontrollierbare Punkte wir verlieren die Kontrolle über jeden einzelnen Schritt wir sehen die Schritte nur noch als Leben 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 in in sofern oftmals steckt einfach hinter Dingen die nach können aussehen Glück in sofern man sollte den Leuten die sich auf ihr Glück verlassen nicht unbedingt nacheifern auch wenn sie einem erzählen dass sie das nicht tun weil sie das alles können wenn man sie beobachtet und man sieht dass sie eigentlich jeden fünften Schritt nur dahin stolpern dann ist das kein können sondern Glück und deswegen ja Glück gibt es in den Bergen und wir müssen eigentlich in unserem Tun sehr viel Glück haben in den Bergen damit wir auch mit 80 immer noch irgendwo sitzen und sagen können hier schau mal wir haben 10.000 Touren in unserem Leben gemacht und wir leben immer noch ich glaube persönlich das ist jetzt nur meine Meinung natürlich dass wir hier auch auf viel Glück gestoßen sind auf dieser Reise so aber es gibt trotzdem noch einen Unterschied bei der Risikobereitschaft und den finde ich ganz ganz spannend weil ein Thema ist bei mir am Kanal immer etwas unter repräsentiert und das ist das Thema Frauen und so ein bisschen die weibliche Seite des Bergsports und man darf es mir jetzt nicht ganz so übel nehmen weil ich bin halt keine Frau was soll ich machen aber deswegen kann ich jetzt nicht aus der Perspektive einer Frau sprechen aber ich kann aus der Perspektive der wissenschaftlichen Erkenntnisse sprechen und hier ist ganz klar belegt mit mehrfachen Studien und Experimenten und Beobachtungsstudien dass Frauen deutlich Risiko also nicht risikobereiter sind sie sind eigentlich risikoscheuer aber sie sind deutlich besser darin ein Risiko einzuschätzen das hat verschiedene Gründe darauf müssen wir jetzt nicht ewig lang im Detail eingehen das bedeutet man könnte eigentlich gar nicht sagen dass sie risikoscheuer sind sondern sie bewerten Situationen deutlich intensiver und deutlich genauer bevor sie ein Risiko eingehen und dabei kann es sein dass sie oftmals Dinge im Visier haben die uns Männern tatsächlich einfach verborgen bleiben und die wir dann einfach übersehen und das Risiko schneller mal eingehen weil was wir nicht sehen das betrifft uns natürlich auch nicht und da ist es natürlich dann ganz spannend weil wenn dieser Risikofaktor dann eintrifft dann haben wir eben wieder das angesprochene Glück wir Männer wenn wir überleben und die Frau muss sich auf dieses Glück dann gar nicht verlassen denn sie ist diese Situation gar nicht eingegangen das bedeutet Frauen sind in dieser Hinsicht natürlich von haben sie einen großen Vorteil weil sie eben das von Haus aus schon ohne dass man den Erfahrungswert mal außen vor lassen würde sind sie einfach bedachter in ihren Entscheidungen im Gebirge und das macht sie insgesamt risikoscheuer das macht sie aber auch zu den besseren Denkern in einer Expedition zum Beispiel den besseren Entscheidern in einer Expedition sie werden oftmals sie würden zum Beispiel wenn man ihnen jetzt eine Expeditions Leitung übergeben würde aber auch eine Team Leitung auf einer Hochtour Deutlich öfter sagen wir drehen hier um als die Männer und das würden vielleicht viele Männer dann nicht so gut finden denn die Männer die sehen das ja ganz anders und die Männer die würden ja weiter gehen und für die Männer ist das natürlich jetzt ein Verlust weil sie können den Gipfel nicht erreichen weil die Leaderin die Team Anführerin quasi sagt wir drehen um weil die Frauen einen gewissen Risikofaktor am Schirm haben den die Männer eben nicht am Schirm haben und insofern entsteht da dann oft auch eine soziale Diskrepanz und diese Dynamik die gerät dann ein bisschen die kippt dann ein bisschen in einen negativen Bereich und deswegen diese gemischten Teams die sind nur dann richtig gut und funktionieren nur dann richtig gut wenn zum Beispiel also wenn eine Frau an der Führung eines Muren den Kommandos mehr oder weniger wenn man das jetzt so ausdrücken möchte Folge zu leisten und nicht dann anzufangen ihr eigenes Ego in die Diskussion mit einfließen zu lassen das ist aber schwierig deshalb es ist nicht so einfach Männer sind dafür eben deutlich risikobereiter erfahren dafür auch viel mehr Dinge denn wenn eine Frau zurückschreckt vor einem Risiko weil sie eben viele Faktoren mit einbezieht die durchaus valide sind meistens dann entgeht ihr natürlich eine gewisse Erfahrung weil sie hat jetzt zum Beispiel sie ist über diesen Grat nicht drüber geklettert weil sie eben der Meinung ist das ist zu gefährlich wenn der Mann aber das dann macht und er überlebt das und es passiert nichts generell dann hat er natürlich eine neue Erfahrung gesammelt und deswegen ist Risikobereitschaft ein ganz 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 schmaler Grad zwischen ich traue mir etwas zu um eine Erfahrung zu sammeln ich bin dann um eine Erfahrung reicher die ich wieder in neue Risikobewertungen mit einfließen lassen kann oder ich bin eher der vorsichtigere Typ und verlasse mich nicht so sehr darauf auf Erfahrungen sondern ich schätze das Ganze objektiver ein und da sind auch Männer und Frauen sehr sehr unterschiedlich und ich möchte gar nicht sagen dass die Frauen die schlechtere Wahl treffen in ihren Entscheidungen oder die Männer es ist einfach so wie es ist ich persönlich finde die Damen die Frauen die machen das einfach in vielen Situationen besser als wir Männer und in anderen Situationen muss ich aber dafür dann ehrlicherweise auch sagen sehen und erleben viele Männer durch ihre Risikobereitschaft dann auch mehr als die Frauen insofern hat alles so ein Für und Wider naja also Risiko das ist ein großes Thema Risikobereitschaft ist ein großes Thema die Psychologie dahinter ist ganz ganz spannend es gibt dazu einige gute Bücher leider fällt mir da jetzt der Name zu dem mit Abstand besten Buch aus diesem Bereich leider nicht ein das ist unglaublich ärgerlich es hat was mit Narzissmus im Titel es geht auf jeden Fall ums Bergsteigen und Extrembergsteigen eingebunden und das ist wirklich interessant da auch die Bewertung zwischen Männer und Frauen zu lesen weil da auch Extrembergsteiger selbst viel in diesem Buch drüber reden in einer Art Interview wie ist das denn jetzt bei euch ich habe euch eingangs schon gefragt seid ihr mehr der Typ Risiko eingehen ja bitte oder seid ihr lieber Vorsicht als Nachsicht und wenn ich eine Situation nicht hundertprozentig einschätzen kann dann lasse ich es lieber bleiben daher sind ja alle Menschen sehr unterschiedlich und genau deshalb interessiert mich eure Meinung dazu sehr schreibt mir gerne in die Kommentare oder oder natürlich auch per Mail bis zum nächsten Mal wünsche ich euch natürlich wie immer eine wunderschöne Zeit vergesst nicht den YouTube Kanal zu abonnieren da gibt es bei uns ganz ganz viele Videos und natürlich auch den Podcast nochmal zum Nachhören bis zum nächsten